Hallo, schön, dass du wieder da bist. Das ist heute meine Leinwand. Ich möchte so eine abstrakte Meerlandschaft machen, wie ich das da schon mal gemacht habe, aber noch abstrakter, also komplett gegenstandslos. Ich habe mich voll vorbereitet heute, nicht so wie beim letzten Mal. Also heute ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier meine Cola und fange erst mal an zu kritzeln und ja, das habe ich euch ja schon oft erklärt, warum ich hier kritzele und das bringt mich einfach auch wieder auf neue Ideen und ich denke mir jetzt so Bote, weil eigentlich möchte ich auch ganz gerne eigentlich. Ja, eigentlich. Das ist schon ein blödes Wort, finde ich. Aber so Bote inspirieren mich. Die finde ich gut. Die kann ich mir gut vorstellen und ja, ein, zwei, drei, vielleicht auch noch ein viertes. Ich kann mir jetzt hier auch die Knalle bunt vorstellen. Also jetzt passiert schon wieder ganz viel im Kopf. Ja, aber bunte Bote will ich jetzt nicht machen. Ich mache erstmal nass und dann schauen wir mal weiter. Den Farben, in denen ich heute arbeiten will, habe ich mir schon hingestellt. Das ist auch noch ein Rest vom letzten Mal dabei. Wollte hier eigentlich nur Weiß haben. Ich dachte, hier wäre nur ein Hauch Türkis drin vom letzten Mal. Jetzt habe ich voll Türkis, das wollte ich gar nicht. Also ursprünglich wollte ich jetzt, war mein Plan da Weiß hinzubringen. Wenn dann Tuck Türkis drin gewesen wäre, wäre es jetzt gar nicht schlimm gewesen. Jetzt ist es wirklich sehr viel Türkis und da muss ich schon wieder meinen Plan in meinen Haufen werfen. Natürlich hätte ich das jetzt auch wieder runternehmen können, aber das ist wahrscheinlich eine Fügung. Das soll so sein. Ich mache das jetzt noch mal ein bisschen heller. Also gebe jetzt Weiß noch mal dazu, dass ich das Türkis ein bisschen reduziere. Und das macht natürlich auch Spaß, jetzt hier die Farben so schön nass in nass ineinander zu ziehen. Ja, und ich merke schon, das wird heute gar nicht komplett anders, als ich das machen wollte. Ja, die Farbe ist jetzt schön nass und dann tropfe ich hier mal ein bisschen braun drauf und ja, es läuft nicht, ne? Also jetzt gebe ich aber Wasser dazu und dann fängt das hier richtig an zu laufen. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sprühen. Und jetzt beginnt natürlich ein tolles Farbspiel. Das ist schön, das sieht cool aus. Also es erinnert mich jetzt wieder an Rost, ne? Es könnte jetzt wieder so ein Rost Bild werden, ohne Struktur, einfach nur so. Oder ja, mal schauen. Ich weiß nicht, also es ist einfach schön. Ja, ich ruckel hier einfach mal so ein bisschen. Ich will keine Laufspuren haben. Ich will, dass die Farbe ein bisschen verläuft, aber keine Laufspuren. Ja, ich will, dass die Farbe ein bisschen verläuft. Ja, ich will, dass die Farbe ein bisschen verläuft. Unten möchte ich noch ein bisschen mehr Türkis jetzt haben. Den Farbton finde ich total schön. Zu diesem Rostbraun. Und mische das jetzt einfach mal dazu. Der Farbton ist mir jetzt kräftig. Ich brauche das doch ein bisschen heller. Und es ist auch müßig mit diesem Malmesser. Das ist mir zu unruhig. Ich nehme jetzt einfach nochmal weiß dazu. Und dann nehme ich einfach hier meine Abdeckung. Ja, es sieht so aus, als würde ich hier nicht wissen, was ich tue. Aber es stimmt nicht. Das ist gerade der beste Weg, die Farbe ein bisschen zurückzudringen und gleichzeitig auch den anderen Farbton harmonischer, weicher werden zu lassen. Das ist gerade der beste Weg. Ich hatte mir ja blau angemischt. Verschiedene blaue Farbtöne. Aber mit dem Türkis, muss ich sagen, passt das natürlich auch viel besser. Also dieser Farbton, der Rostton passt super zu dem Türkis. Das ist auf jeden Fall viel Spaß und gute Laune. Da kann man hier auch so ein bisschen die Farbe schmeißen. Das ist auf jeden Fall. So viel sollte natürlich wieder nicht drauf klatschen, aber die finde ich schön, sieht gut aus. Hier verstreiche ich es noch ein bisschen. Die schweigen da oben, aber ich will keine. Ich zeig dir das mal von nahem. Hier sind so schöne Effekte jetzt drin und ja, das entsteht einfach so über den Fluss, über den Farbfluss, über das Wasser. Schau mal hier, das sieht echt toll aus, richtig schön. Und so lasse ich es mal kurz trocknen. Ich glaube, ich bringe es mal schnell raus oder ich föhne. Mit dem Föhn haut das nicht hin. Ich habe es in die Sonne gelegt. Ja, ich muss die Blumen gießen, habe ich eben schon gedacht. Ich habe schon die Gießkanne aufgeholt. Aber genau, ich lasse das jetzt hier einfach liegen. Die Sonne saugt sicherlich sehr schnell die Feuchtigkeit auf. Und dann kann ich hier glatt in meine Lagune springen. Mir ist gerade danach, weil das ist so heiß geworden. Also ich lasse hier einfach trocknen und dann schaue ich mal. In der Zeit, wo das eben draußen lag, habe ich einfach noch ein anderes Bild dann mit der Farbe gemalt, weil der Farbton mir doch ganz gut gefällt. Und ja, es passt einfach wunderbar zusammen. Und es ist für mich jetzt wirklich so meine Lagune, wo ich meine kleine Insel. Und ja, es hat das Malen hat Spaß gemacht. Und wenn ich mir das jetzt hier hinhänge, dann ja, es ist für mich wie eine kleine Schatzkarte. Also ich finde es richtig schön. Ich lasse es einfach so. Und ja, es hat viel, viel Spaß gemacht. Wie immer. Ja, danke für dein Like. Danke für deinen Zuschauern, für dein Abo. Und herzlichen Dank für deinen lieben Kommentar. Danke dir. Ich danke dir so sehr. Dankeschön. Im Buch auf Seite 122, da findest du abstraktes Farbenspiel. Und da kannst du noch mal reingucken. Da habe ich dieselben Werkzeuge benutzt, dieselben Farbtöne sind da auch. Also so siehst du, dass man mit denselben Farbtönen eben auch ganz anders arbeiten kann. Und kommst du vielleicht auch wieder auf neue Ideen. Also lass dich inspirieren. Und am besten inspirierst du andere. Danke für das Zuschauen. Und einen ganz schönen Sonntag für dich. Ach ja, in der englischen Ausgabe ist es immer zwei Seiten weiter. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!